hallo mein name ist mac pimmel und ich werde dir heute zeigen wie du mehr fps bekommen kannst in helllet loose und auch deine gegner besser sehen wirst so also step eins ist du gehst auf steam gehst rechtsklick auf eigenschaften bei helllet loose und dann tippst du hier schon mal ein minus dx 12 damit kriegt ihr wirklich sehr viel fps raus also bei mir waren es circa 50 60 je nach grafikkarte je nach system je nach hardware und genau hilft euch wirklich sehr viel so kommen wir zu 2 die nvidia control panel settings dafür geht ihr einfach auf euren desktop drückt einmal mit rechtsklick ins leere und dann könnt ihr die nvidia systemsteuerung aufmachen amd user haben leider pech kann ich euch hier nicht zeigen vielleicht habt ihr das in der art und weise es gibt zwei einstellungen ihr geht auf den punkt 3d einstellungen verwalten das ist hier oben und dann könnt ihr hier bei globalen einstellung das gilt dann für alle spiele einstellen zwei punkte sind sehr sehr wichtig und zwar unter dem punkt energieverwaltungsmodus maximale leistung bevorzugen und der punkt modus für geringe latenz das reduziert euren input lag um ein vielfaches macht euch schneller beim schießen eben whatever das ändert ihr einmal um dann wird es in jedem game so sein ich habe früher tatsächlich hier sehr sehr viel herumgespielt über die programmeinstellung leute es lohnt sich nicht kostet euch nur fps und bringt euch nicht viel sichtbarkeit da könnt ihr in game noch viel fehler machen dafür startet erstmal hellen los so dafür geht jetzt einmal in game auf eure optionen um hier noch ein bisschen paar sachen umzustellen bei dem punkt namensschilder ich habe es jetzt auf 250 wenn ihr neu sollt lasst es ruhig erstmal 500 sonst knallt ihr euren eigenen leute weg hier hilft sehr sehr viel nur symbole im namensschild benutzen 12 und 50 100 100 seht ihr jetzt hier einmal das sieht wirklich furchtbar aus nächster punkt video da kann ich euch empfehlen vollbild im fenster normales vollbild gibt ganz oft probleme mit der einstellung minus dx 12 das wird euch abkacken ihr seht so meine settings ich bin bei helligkeit ein bisschen heller und die nacht maps da könnt ihr einfach auf 200 200 prozent hoch ballern ihr werdet einfach sofort mehr sehen texturen qualität also hier würde ich jetzt wirklich euch empfehlen stellt so niedrig wie möglich ein ich habe es auf episch gestellt aber mit niedrig machte theoretisch auch nichts falsch um mehr fps rauszuholen ich spiele auch episch weil meine hardware das kann schatten ganz niedrig und hier ein ganz ganz wichtiger punkt die anti aliasing settings klarheit oder clarity ist das beste das game wird für euch viel viel pixeliger aussehen aber erkennt dass ihr müsst auf die pixel schießen am ende da 300 meter weiter weg siehst du ein pixel bewegen du musst ihn erkennen muss drauf schießen und clarity hilft euch wirklich diese kanten noch deutlicher zu machen also klarheit ist das beste hier anti aliasing gerade um diese kanten noch ein bisschen mehr auszuheben episch auswählen fx qualität ganz ganz wichtig niedrig wenn ihr das auf hoch ballert dann blendet euch die sonne zum beispiel das wollt ihr nicht sichtweite auf hoch weil wenn jetzt zum beispiel nehmen wir mal hürtgen als beispiel auf range schießt dann werden die details von den bäumen nicht so gut gerendert und ihr seht einfach deutlich mehr vegetations und nachbereidungsqualität auf mittel und der rest hier unten auf aus x-achse für sichtfeld behalten und ihr habt wirklich ein sehr sehr gute sehr sehr gute in game settings einstellen anwenden nicht vergessen und jetzt gehen wir mal in game und da gibt es noch was ganz ganz wichtiges was ich euch zeigen muss so und zwar geht es jetzt wirklich um eine sogenannte nvidia einstellung die man in game machen kann dafür drückte aber alt und f3 und dann öffnet sich so ein spielfilter fällt und bei euch sieht es am anfang so aus da müsst ihr einmal einen filter hinzufügen der nennt sich schärfen und mit diesem schärfen filter ihr könnt ihr wirklich einstellen wird euer game einfach noch mal deutlich kantiger warte mal da ist ein gegner da könnt ihr wirklich eskalieren ihr könnt auch mit der filmkörnung noch spielen ihr könnt auch den filter noch mal dazu ballern überschärfen plus und dann sieht es am ende so aus also wer das bei den bei dem einen oder anderen spieler schon gesehen hat naja ihr seht das kann auch nach hinten losgehen ich das ist sehr sehr wichtig das hilft euch wirklich eure gegner viel viel besser zu sehen und zu guter letzt der wichtigste tipp von allen ganz zum schluss der euch am meisten kills am meisten sichtbarkeit geben wird kauft euch mindestens einen wqhd monitor ich kann empfehlen wqhd 144 herz ips panel 27 zoll je höher eure auflösung ist umso besser wird euer game also es gibt tatsächlich schon günstige angebote muss wirklich gucken dass da halt die reaktionszeit passt ips panel 144 hat so hier zum beispiel der lg das sieht ganz gut aus also ab 250 euro kriegt ihr einen guten bildschirm und es ist immens also ich bin damals von im schnitt 30 40 50 kills hoch auf 80 90 bin mittlerweile im schnitt über 100 einfach nur weil der bildschirm ganz ganz viel ausmacht also das ist mein heißester tipp für euch alle kauft euch einen guten monitor kauft euch die beste hardware die es gibt und das war es auch schon ich hoffe die hat ein bisschen was gebracht wenn es dir gefallen hat lass gerne ein abo da und schau gerne mal auf twitch vorbei und vielleicht sehen wir uns bei dem nächsten video Ciao